Musik Holten uns den Startstempel in der Kirche von Drassenhofen, um den Jakobsweg durchs Weinviertel zu gehen. Am Schweinbaterberg steht das 1963 eingeweihte Südmeererkreuz. Die Gedenkstätte erinnert an die vertriebenen deutschsprachigen Südmeerer im Zweiten Weltkrieg. Zur Mittagszeit erreichten wir Falkenstein, um beim Heurigen einzukehren. Musik 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 Durch die originelle Kellergasse verließen wir den Ort in Richtung Bollsdorf. Bei einem Selbstbedienungskeller vorbeikommend genehmigten wir uns noch ein Achterl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017